Hallo, mein Name ist Prinz Martin, der Lachende. Ich bin Kleber-Karnevalsprinz in der ganz wunderschönen Stadt Klebe. Mein Motto ist dieses Jahr mit Humor und Heizigkeit durch die Kleber-Naren-Zeit. Für mich ist es persönlich sehr wichtig, dass man, egal welche Sprache man spricht, egal aus welcher Stadt man kommt, dass man einfach miteinander Karneval feiert, respektvoll miteinander umgeht und dafür bin ich auch ganz froh, das Projekt Flock de Fröhle unterstützen zu dürfen, dass nicht nur Karneval, sondern das ganze Jahr einfach wichtig ist, mit Leuten respektvoll umzugehen, wenn man Respekt gibt, bekommt man auch Respekt zurück und das ist einfach sehr wichtig und ich hoffe, dass ihr alle das auch unterstützt und ja, wir sehen uns vielleicht im Karneval und bis bald, bleibt fröhlich, bis nächstes Jahr. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020